Ich glaub, die Drogen kicken immer noch rein, huiuiui! Ja, Holly? Hasepedder, ich wollte dir was sagen. Okay, erzähl mal. Ich glaub, er hört nicht. Oh, Hasepedder. Ich will dir was sagen. Du bist der beste Chef, den ich hab. Wunderschön und jubig. Ganz toll. Wir lieben dich, vor allem ich. Und ich bin so froh, dass ich für dich arbeiten darf. Und du bist eins meiner größten Vorbilder, Sir. Und ich danke dir, dass es dich gibt. Du bist toll. Ich bin gespannt, was er gemacht hat. Danke, Roni. Fragst du jetzt noch nach Gehalt, oder? Hat der heute gewurzt? Ich glaub, er hat irgendwen umgefahren. Irgendwas hat er verbraucht. Ich bin auch eine Seerobbe. Oh nein. Ich bin auch eine Seerobbe. Ich will mich zu ihm legen. Ja, super. Oh. Ich glaub, so eine Frau hat ein Problem damit. Was findest du? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ich geh an ihren Arsch. Oh. Oh. Schiebe ihn mir doch nicht noch weiter, Enki. Was? Lies aber Fotos. 20.000 Dollar! Porsche Game & S! Comedy Ruppe! Du kriegst gleich Hausverbot, Freund, für dich. Gott, wir haben einen Schlüssel, ich komme einfach wieder rein. Achso. Ich glaube, das waren die schon. Das waren die schon. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich werde euch vermissen auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der Hölle. Was ist das, Alter? Hey, wir müssen die Leiche mitnehmen. Ja, wir müssen warten, bis es weg ist, das Feuer breitet sich aus. Die Autos! Die Autos! Nimm die Autos! Markli, komm her! Der Waldbrand, Junge! Ne, fahrt die Autos! Markli! Du bist dein Heimschuld, Link, du Bastard! Ich sage, Fieber, das ist unangenehm Abend! Jo, halt ihn hart! Was? Halt ihn hart? Wen soll ich? Motor! Der geht bestimmt zu den Wulsen, wenn er sich einen beinkaufen sollte. Hier sind noch komische Menschen. Halt ihn hart! Halt ihn hart! Hält ihn mir! Motor! Aus dem Weg, ihr geringverdiener! Das ist nicht dein Haus. Ich muss immer mal Kontostadt gucken. Bro, das war anders knapp! Du wärst tot gewesen! Du kannst doch anmelden! Hä? Das war doch... Ach! Meld an! Dann fährst du zum Schlüsseldienst, schmeißt alle Schlüssel weg! Ja, aber wenn ich doch jetzt hier in dieser Anmelde bin, dann habe ich 20.000 Mal... Du hast nur ein... Hä? Du kaufst doch kein Kennzeichen für deinen Schlüssel, sondern ein Kennzeichen für dein Auto! Ach stimmt! Oh Mann, ja, nee! Ohhhh! Warte! Alter, warte! Scheiße, ich bin so los! Ja, ich melde wie los du grad bist! Warte mal, warte mal! Geh mal kurz raus! Geh mal alle wieder rein! Doch! So! Äh... Du Idiot! Mein Auto! Äh... Entschuldigung! Mein Auto! Entschuldigung! Ach man, nee! Jetzt hab ich Schnauze voll... Jetzt könnt ihr mich langsam auf den Arsch lecken! Also... Nee! Ich drück weg und der Nächste ruft mich an! Das kann doch nicht sein! Ich bin doch nicht Telefonzentrale Los Santos! Langsam reicht mir das! Komm mal ein bisschen runter, bitte! Ich krieg zu viel heute! Wirklich! Mein Telefon steht keine Sekunde still! Das geht mir echt auf den Piss! Das mir den Jadis ist geklärt! Nee! Gut, das Hammer hat sich dann auch erledigt! Au! Oh! Fuck! Oh! Was immer hat sich dann auch... Aua! Schieß! Du bist Müll! Du bist auch Müll! Penner! Was heißt Müll rückwärts? Ja! Lümm! Lümm! Mach mal zusammen! Erst rückwärts, dann vorwärts! Lümm! Lümmel! Ja! Du bist ein Lümmel! Hey! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich finde das witzig! Ich kann... Ja! Da... Ey! Jetzt muss ich Ron lieber recht geben, Alter! Ich bin ja nicht viel für Spaß aufgelegt! Aber das ist ja... Du hörst auf die Idee immer! Mann! 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 Ich hab schon gewohnt, ich dachte, das ist eine Läuche, die da liegt. Ja. Möchtest du umziehen? Warum? Da unten ist ein Haus, ich hab keinen Bock mehr, das zu besetzen. Aber ich hab ein Haus in Mirror Park. Na gut, dann nicht. Du musst ein Pech. Versteh das schon, dass du uns nicht magst. Aber verstehst du, dass du uns nicht magst. Okay, warte kurz, warte, das war's. Ahhhhhh. 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 Das ist so viel. Das ist so viel. Ja, das ist so viel. Ahhhhhh. Das tut so wie in meinem Bein dadurch. Ahhhhhh. Ohhhh. Ohhhh. Ehhhhhhh. Warum? Wo? Was? Warum? Warum? Nika, komm da weg! Das ist so ein Idiot... Rikki, alle, dass er immer übertreiben muss! Der alte Mann ist behindert! Oh Gott, nein! Oh nein. Der Traktor! Haben Sie schon zurückgehängt? Nika, guck mal, da kommst du! Ne, der hat noch Lust drauf. Ich bin schon mit dem. Ich hab hier keine Leute. Wer sind sie? Hallo? Hallo? Äh. Äh. Nika, ich glaub du hast'n Bruder! Das ist die Kleine! Das ist sogar die Kleine! Das hat... Das hat... Das hat... Der ist halt'n Weißbrot! Ich... Ich cock zu Sam! Das ist... Okay, gerade hat sich der Tag... Ich muss sagen, der sieht besser aus. Der hat keine Ohrringe. Hans? Was denn? Wenn ich einmal miterlebe, dass du mit Higgens und einer Tante unterwegs bist... Ich pack die... Ich lass' die einpacken. Oh, und dann rette ich die! Und dann... Verlag' ich nochmal extra Geld für die Aktion! Oh, das ist eine Geschäftsidee! Das ist keine Geschäftsidee! Oh doch, ich rieche Geld! Haha! Riechst du's auch? Dann kannst du dich am Arsch legen mit Geld! Ja, lass dich doch an... Ja, ja! Du bist so blöd! Du bist so blöd! Es hat mich bis heute nicht einer gemietet! Was sagst du? Es hat mich bis heute nicht einer gemietet! Ich würde jeden Tag gemieten, Hans! Aber dafür bin ich nicht reich genug! Aber dafür bin ich nicht reich genug! schon beim nächsten mal!